Die Ergebnisse, die im Prozessperspektivplan mit unterschiedlichen Gruppen aus der Stadtgesellschaft entstanden sind, sind sehr vielfältig. Es gibt Darstellungen zu konkreten Orten und auch zur Gesamtstadt. Es gibt konkrete Zahlen aus den Analysen und es gibt bewusst unscharfe Entwürfe und Visionen für die Gesamtstadt. Die Bilder, die Pläne, die strategischen Bausteine zeigen, wo und wie sich Freiburg weiterentwickeln kann, wo Wohnungen und Freiräume gleichzeitig entwickelt werden können. Weil die Ergebnisse so unterschiedlich sind, gibt es nicht am Ende einen Plan, in dem schwarz auf weiß steht, was man tun und was man lassen darf, sondern es gibt sieben konkrete Werkzeuge. Mit diesen Werkzeugen können all diejenigen arbeiten, die ein Vorhaben, ein Projekt im Kopf haben und mit diesen Werkzeugen ihr Vorhaben, ihr Projekt verbessern und weiterentwickeln wollen. Mit der Idee für dieses Vorhaben im Kopf durchlaufe ich dann diese Station, diese sieben Stationen, an denen ich jeweils ein unterschiedliches Werkzeug einsetze. Die Werkzeuge helfen immer dabei, eine konkrete Frage zu beantworten. Beispielsweise hilft der Atlas dabei, die aktuellen städtebaulichen und freiraumplanerischen Bedingungen für ein Vorhaben zu verstehen. Das heißt, ich weiß dann, wie dicht es da ist und wie gut mein Bereich mit Freiräumen versorgt ist. Das Werkzeug Gebietstypologie hält Handlungsempfehlungen bereit und das für Bereiche, die eine ähnliche städtebauliche Dichte und eine ähnliche Freiraumversorgung haben. Ich bekomme so also eine gute erste Orientierung. Wenn ich eine detailliertere Aussage dazu haben will, dann muss ich zum nächsten Werkzeug weitergehen, zu den Freiburger Dichten. Die Freiburger Dichten beantworten die Frage, welche Dichte-Zielwerte gelten für den Stadtbereich, in dem ein Vorhaben liegt. Was geht hier und unter welchen Bedingungen? Muss ich eventuell Freiräume qualifizieren oder neue schaffen, damit ich hier nachverdichten kann? Das nächste Werkzeug, die strategischen Bausteine, liefern Inspiration. Sie schlagen mir vor, wie ich die Stadt entwickeln kann. Hier finde ich gute Beispiele, sowohl aus Freiburg als auch aus anderen Städten, die bereits mit diesen Strategien gearbeitet haben und gezeigt haben, welche Erfahrungen es damit gibt. Das Werkzeug Raumbild hilft dabei, die Frage zu beantworten, wie mein Vorhaben in der Stadt liegt und was es zur Entwicklung der Gesamtstadt beitragen kann. Das Raumbild zeigt die zentralen Strukturen, die starken Verbindungen, die die Stadt zukünftig zusammenhalten sollen. Mit dem Werkzeug Entwicklungsbereiche kann ich feststellen, ob mein Vorhaben in einem der Bereiche liegt oder in der Nähe einer der Bereiche liegt, die in den nächsten Jahren umstrukturiert und in diesem Zuge deutlich verbessert werden sollen. Das heißt, das beantwortet auch die Frage, mit welchen Planungen, zum Beispiel Rahmenplänen, ich mich dann abstimmen muss. Sie sehen, einige der Werkzeuge dienen eher der Prüfung und andere inspirieren mich, wenn ich mit einem Vorhaben in diesen Prozess gehe. Wenn man mit seinem Vorhaben alle sieben Stationen erfolgreich durchlaufen hat, dann ist das angereichert und zwar im Sinne der Gesamtvision für die stadtstrukturelle Entwicklung in Freiburg. Und mir wird deutlich, in welchen Handlungsfeldern es noch weiter abzusichern ist und wo der Beitrag zur gesamtstädtischen Entwicklung liegen kann. Neben der Qualifizierung von solchen Vorhaben ist es natürlich eine ganz wichtige Grundlage für den neuen Flächennutzungsplan und für die Rahmenpläne, die für unterschiedliche Bereiche der Stadt entwickelt werden sollen in den nächsten Jahren. Die sieben Werkzeuge sind das Kernergebnis des Perspektivplans. Wenn Sie mehr über sie erfahren wollen, schauen Sie sich auch die ausführlichen Videos zu den Werkzeugen an.